Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Tür ist kaputt Warum? 2014 Erdgeschoss Tür öffnet Fahrsrichtung abwärts Der Aufzug ist komisch Tür schließt Achtung, Tür schließt, die Ernst haben gekämpft Der kleine Ein Tyskupon war 2014 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ich will gleich die Ansage hier mal aufnehmen Tür öffnet Diese Tür Diese Aufzugtür ist nicht mehr Tür schließt Jetzt nicht mehr oder? Immer gut Unsere Gedrücktheit drücken Unsere Gedrücktheit Fahrsrichtung aufwärts Die Tür ist schrott Mein Gott, die Tür schließt Die Tür ist echt Seit Sandi Tür ist irgendwie Tür kaputt Erdgeschoss Erdgeschoss Und das ist auch oben da Tür öffnet Achtung, Tür schließt Die Asagen von unten Achtung, Tür schließt Tür schließt Tür schließt Man, wo kommt der Sand raus laut Ich schloss Hier kommt der Sand raus laut Achtung, Tür schließt Mann, wo kommt der Sand raus laut Ich werde gehen auch neben Ich komme von der Schacht So macht seine Energiesperrung aus So macht seine Energiesperrung aus Jetzt weiß ich schon mal jemanden gucken Ob sie auch Energiesperrung los macht Ob das Licht auch hier ausgeht Und ja Ich werde kurz mit einer mit dem Test machen Ich werde kurz mit einer mit dem Test machen Ach, das ist das Gleiche Sound Ich dachte, dass wir mit einer mit dem Sound Stecken gehen auf B-Ü Die Deutschland aufsehen auf B-Ü 14 14 14 Ich glaube, wir haben hier Jetzt habe ich mit einer mit dem Sound Kommt der Anhaltsprogramm Kommt von da unten Aber wahrscheinlich Die Asagen müsste auch hier rauskommen Wir hören Udelt irgendwas Und ja Da ist anscheinend Keine Läppischfahrung los Hat keine Tür öffnet Achtung Tür schließt Kommt, komisch Weiß man, die Szenen Die rauskommen Hier ist ein Tüßen gut auf Zuversassen Katze Vielen Dank für das Zuschauen Bis zum nächsten Video Ciao Leute Bleibt gesund Ihr Ehrlicher Widerfahrer Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal